Moin, moin, meine Lieben. Ich wollte mich mal melden. Ich habe in letzter Zeit nicht geschafft, irgendein Video oder irgendwas zu machen. Weder vom Sonnen, noch vom Angeln, noch der Kuckuck. Ich habe im Moment so viele Probleme. Ich wollte mich einfach nur mal melden und euch zeigen, dass ich noch lebe. Gut, den einen oder anderen mag es nicht interessieren. Mich schon. Ich will euch ja auch bei Laune halten und alles. Und ja, ich wollte nur sagen, also diese Woche müsste ein oder zwei, ein oder zwei Videos müssten diese Woche kommen. Ich habe Nachtschicht, ich wollte nach der Nachtschicht dann mal los, mal ein bisschen angeln wieder versuchen auf Zander oder Barsch. Ich habe ja jetzt bestimmt locker mal zwei, drei, drei, fast vier Wochen hier ein Video hochgeladen. Ja, wie gesagt, das hat auch seine Gründe und ich wollte euch einfach nur mal zeigen oder sagen, dass ich noch lebe. An dieser Stelle möchte ich mich aber auch noch gleich mal bei euch bedanken für die fast 1.100 Abonnenten, die ich jetzt schon habe. Das macht mich sehr, sehr stolz und sehr glücklich. Und wie gesagt, ich werde am Ball bleiben, auch wenn jetzt längere Zeit nichts kam, wie gesagt. Aber es geht wieder los. Bleibt mir treu. Bleibt dran. Ich bleibet auch. Euer Andy. Bis die Tage. Macht's gut. Ich hab euch lieb. Bye, bye.